Ihr wolltet wissen, wie Jenny auf meine Schwangerschaft reagiert hat und ich hab's wirklich aufgenommen und das kommt jetzt. So Jenny, ich hab noch eine Frage. Mach mal auf hier. Der Knopf ist kompliziert. Nein, wirklich. Ich schwöre. Ich schwöre. Nein. Doch. Echt doch. Du wolltest doch eine kleine Überraschung haben. Ich guck.